Liebe Astrid, ich habe hinter diesem Grützwurst-Schild einen Überraschungsgast für dich versteckt, der in unserer nächsten Talk-Dots-Sendung auftreten wird. Du darfst ihn aber noch nicht sehen, kannst ihm aber Fragen stellen, damit du eventuell rauskriegst. Ich weiß ja, dass du neugierig bist, wer es ist. Nur Entscheidungsfragen und er wird oder sie wird mit einer Daumenzeige antworten. Los! Alles klar. Bist du ein Mann? Okay. Bist du in der Unterhaltungsbranche? Bist du glamourös? Magst du Champagner? Eigentlich nur drei Fragen, egal. Wir werden sehen bei der nächsten Talk-Dots-Sendung, wer sich dahinter versteckt und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann, was wir nicht gucken.